London, die britische Königsfamilie steckt im gesundheitlichen Chaos. Immerhin bieten Sarah und Mike Dindle ein Stück Normalität. Besondere Unterstützung für Prinzessin Kate und König Charles III. Kurz vor Ostern schockierte Prinzessin Kate, 42, die Fans der Royals, aber auch ihre Familie mit einer schrecklichen Krebsdiagnose. Bereits im Januar zog sich die Thronfolgerin zurück, als sie überraschend am Unterleib operiert werden musste. Das scheint erstmal weiterhin der Fall zu sein, denn wie Kate in ihrem Statement-Video enthüllte, befindet sie sich aktuell in der Behandlung einer präventiven Chemotherapie. Doch wie geht das Royalleben nun weiter? Immerhin ist auch König Charles III., 75, an einer Form von Krebs erkrankt. Laut eines Palast-Insiders sollen vor allem Mike, 45, und Sarah Dindle, 42, der Familie momentan ein Gefühl der Normalität zu Zeiten des gesundheitlichen Chaos vermitteln. Die Tindles sind so etwas wie der Klebstoff ihrer Generation von Royals und bringen den Spaß in ein Familientreffen, egal wie ernst der Anlass ist, so die Quell gegenüber den Times. Ein Stück Normalität für George, Charlotte und Louis. Ablenkung soll das größte Talent von Prinzessin Annes, 73, Tochter und dessen Gatten sein. Laut des Insiders seien einige Familienmitglieder sehr königlich, doch Sarah und Mike seien ganz normal und gehen entspannt und spielerisch mit George. Charlotte und Louis um, genau das, was die Kinder von Prinz William, 41, und Prinzessin Kate jetzt gebrauchen können. Hilfreich soll auch die Bindung der Tindle-Kinder zu den drei Sprösslingen der Thronfolger sein. Aufgrund ihres gleichen Olters können sie privat miteinander herumalbern und einfach normale Kinder sein. Voraussichtlich bis Ende April werden die drei mit Mama Kate und Papa William ihre Zeit als Familie in Norfolk nutzen. Sollte Prinz William danach zu seinen royalen Verpflichtungen zurückkehren, können sich die Mini-Royals sicher sein, Sarah und Mike stehen ihnen immer zur Seite.